Der K-Da. Das heißt, der neue Priester könnte hier auch in der Nähe sein. Wenn die sich hier auch aufhalten. Der verkackte Priester. So, was ist denn hier? Das ist ein Lagerfeuer. Das kann ich nicht anzünden, weil ich noch im Kampf bin. Ist hier jetzt irgendwo da, wo der neue Priester? Wurde ja neue Priester. Genau bei der Höhle. Bei der Elfenhöhle. Wann hat unsere Flucht endlich ein Ende? Weiß ich nicht. Aber hier ist die Höhle. Höhle in den Eingang. Geht euch da mal rein? Geht nicht jeder mal rein? Ich guck mal, ob der da verschleppt wurde. Guten Tag, Elf. So, gucken wir mal. Höhle. Also so viel Höhle ist hier ja nicht. Hier ist eingestürzt. Also hier geht nicht weiter. Da ist auch davor noch unsichtbare Wand. So muss man auch gar nicht erst versucht, dabei zu gehen. Und hier sieht das genauso aus. Warum warten wir hier verraten? Warum warten wir hier verraten? Wir den Priester finden. Wir könnten alle dabei helfen. Wo ist denn dieser Priester, Mann? Mein liebes Spiel? Kannst du mir das sagen? Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Der wurde bestimmt hier... Bestimmt hier irgendwo hin. Nein, und das... Sieht doch gut aus. Hier sind wieder solche Viecher. Jetzt packst du mal wieder den Kuppenkampf. Ach, die ist noch so ein blüder Wolf mitgekommen. Ja, da habe ich mir dann auch gleich dran glauben. Ach, der ist auch mit verreckt. Dann ist klar. Der ist aber nicht besonders drin. Nein, mit diesen komischen Dinger. Dafür sagt man aber auch nichts, ne? Nee. Oh, ein Korb. Ich sehe, der wurde ja neu geschleppt worden. Und ist er jetzt wieder aufgetaucht da hinten? Und wenn ich da hinten gehe, ist er wieder weg. Ich habe den Wald betreten. So, hier ist das also ein Ort der Macht. Ich guck mal, ich habe auch da machte von... Plopp. Durchgangst du den Feldern. Straße ist in den Feldern. Man kann das bedeuten, dass hier vielleicht... ein Leichnam ist. Der wollte ja neue Priester. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, wo muss ich denn hin? Geh ich mal zu diesen Feldern. Den Wegweiser, den kann ich auch benutzen, ne? Das ist der erste Wegweiser, den ich anklicken kann. Straße ist in den Feldern. Wow. Dann gehe ich nochmal lang. Felder. Durchgang zum Dorf. Ah, ich glaube, hier bin ich schon zu weit. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen weit. Also da muss ich, glaube ich, erst noch die... mit den ganzen Wuder Neupriester-Gedöns erst mal was machen. Das ist, glaube ich, noch nicht richtig. Das kommt alles noch. Gut zu wissen wäre natürlich, wann der denn zurückkommt, wie lange er braucht, damit er wieder zurückkommt. Damit man den gut abfangen kann. Nicht. Oder es ist ein Bug. Auch, glaube ich nicht, nein. Vor allem nicht so schnell urteilen. Können wir theoretisch in das Haus rein? Jetzt? Ja, können wir. Ja, machen wir mal. Vielleicht hat der den ja... ...hier verschleppt. Wartier neu. Ich suche einen Wartier Neupriester. Oh, hm. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ich habe unfreundlich aussehende Wartier neu am Ufer gesehen. Haben die den freundlichen Priester vertrieben? Mhm. Dann hoffe ich, dass sie ihn nicht für immer verschreckt haben. Okay. Ah, vielleicht muss ich diese komischen Viecher am Ufer besiegen, damit er wieder zurückkommt. Was ich ja getan habe. Vielleicht muss ich ja das machen. Vielleicht ist er jetzt da oder ich muss einfach kurz übernachten und wenn die dann jetzt weg sind, dann sind die weg. Aber das wäre natürlich super. Also okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob er wieder da ist. Ansonsten übernachte ich nochmal ein bisschen. Achso, der hat sich da hingesetzt. Ist er denn da? Nein, mal laufe ich den blöden Hang hier hoch. Nö, er ist nicht da. Wo ist er denn? Was ist denn da hinten? Achso, das war nur so ein komischer Schatten. Das sah aus, als wäre da irgendwas ganz Besonderes. Nee, vielleicht kommt er dann jetzt wieder am Tag zurück. So. Gehen wir mal zur Feuerstelle. Da hinten ist sie. Gucken wir mal. Wie lange wollen wir denn übernachten? Also ich würde mal sagen, mindestens bis Mittag. Wenn nicht sogar... Weiter. Machen wir mal 11 Stunden. Na? Ja, machen wir 11 Stunden. Machen wir mal so lange. Mal gucken. Vielleicht ist er jetzt da. Wenn nicht, dann keine Ahnung, wie wir den wieder kriegen. Steht er da hinten? Oh, das war ein Grafikglitch. Bissens was, das wurde noch nicht richtig geladen. Dann sah er so aus, als würde er da hinten stehen, aber... Aber nein. Der ist ja immer noch nicht. Wie kriegen wir denn den, 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 den... Der da hinten? Hier, wo der Neu-Priester, komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Kann doch nicht sein. In der Quest steht auch nichts drin. Von wegen, was man machen muss. Oder gibt's irgendwie, wo der Neu... Ach nee, das sind ja Orte... Äh... Charaktere. Die Udo ist das doch, ne? Nee, Udo ist das nicht. Zwischen Udo, der Wudja Neu, ne? Äh... Charly, nee. Uncool, nee. Lambert, nein, das ist... Nein, nein, nein. Nein. Triaden. Okay, wird da als Ungeheuer, irgendwie. Nee, wird da nicht als Ungeheuer. Kult der... Nürvenkopfspinne. Gibt's ja die, wo der Neu... Ich hab die, wo der Neu gar nicht hier drin. Die muss es doch hier drin geben, oder so? Die Magie. Die Magie Suppenwürze. Ach so, Glosser ist auch wüßtlich. Wüßtlich, wüßtlich, wüßtlich. Formeln, Quest-Charaktere. Ja, hier in der Quest steht zum Beispiel. Ah, Konflikt zwischen den Menschen und der Wudja Neu. Der Anführer der Menschen ist ein Mann namens Sujan. Und die Wudja Neu folgen ihrem Priester. Ich muss mit beiden reden. Ich sollte mit Jungen und der Wudja Neu Priester sprechen. Ja, aber die Karte sagt, ich soll jetzt sowohl der Neu Priester. Äh, oder soll ich jetzt zu den Menschen, zu diesen... Weiß ich gar nicht. Schlug vorsichtig mit dem Schmied und dem Elfenhandwerker über die Rüstung. Mysteriöser Turm, die Quest ist immer noch nicht verschwunden. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht in die Stadt gehen soll. Vielleicht doch. Oh, der Wudja Neu Priester kommt ja nicht zurück. Wenn die schlafen, einfach mal bis... Bis... Wo ist meine Katze? Weiß ich nicht. Ähm... Noch ein bisschen weiter. Schlafe jetzt immer eine Stunde. Und wenn er nicht da ist, wieder eine Stunde. Nein, so heftig mache ich das auch nicht. Ähm... Ja, soweit nochmal. Mal gucken, ob er bei Sonnenuntergang noch da ist oder wieder da ist und dann weg ist. Oder erst bei Sonnenaufgang. Wir können ja auch nochmal testen, wenn es nicht geht, bei Sonnenaufgang. Dann haben wir alle... Alle Sachen getestet. Und wenn er dann immer noch nicht da ist, dann... Weiß ich nicht, was dann los ist. Sieht aber nicht danach aus, dass wir da... Kann doch nicht sein. Wieso zum Teufel? Wie kriegt man den? Wie triggert man den da wieder hin? Oder habe ich irgendetwas im Inventar? Was sind... Wurde fast da... Wurde ja mal... Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp. Was der so mag. Weil ich habe nur noch... Ne, ich habe hier noch 10 Dinger. Und dann nochmal 10. Also ich habe noch genügend zum Anzünden. Ich verstehe es nicht. Jetzt laufe ich hier die ganze Zeit. Das sind glaube ich schon mindestens... Das sind gleich zwei. Zwei Folgen rum. Und habe diesen Verkacken wohl ja neu immer noch nicht dahin gekriegt. Äh, hinbekommen. Hingekriegt ja. Hinbekommen da. Dass ich mit ihm reden kann. Weil die Quest sagt, ich soll ja da hingehen. Aber nein, da ist er ja nicht. Ja, er wurde ja neu. Priester. Kack. Ist da nicht. Ich schlafe gleich jetzt nochmal bis morgens. Nicht bis morgens, sondern bis... So ein doofes Spiel. So ein Sonnenaufgang. Ja, du bist auch doof. Und wenn der dann da... Dann da... Dann da... Wenn er dann da auch nicht da ist. Wenn er dann da, ja. Wenn er, ähm, auch nicht da ist. Dann gehe ich mal ins Dorf. Vielleicht ist da ja der... Julian. Vielleicht finde ich den ja den Anführer der Menschen. Okay.